Ich habe eine Krone. Schmeißt die Krone aus dem Feld. Er war aus dem Inventar. Das ist doch eine Kackenkrone. Die Kackenkrone. Sorry. Den Ort gab es schon in der letzten Season. Doch wir sind hier weiter zu. Findet ihr das Update? Kann man noch. Ich habe keine Waffe. Ich bin in die Kaffe geladen. Ja, das ist eine Mission. Ich muss... Ja, eine Tankstelle oder irgendwas anderes anzusetzen. Solche Leute kann ich nicht ab. Welche? Wenn irgendjemanden gequält haben, dann direkt tanzen. Solche Leute kann ich nicht ab. Ja, war ja ein neues Jahr. Ach so, dann ist das ein Mist. Ja, habe ich schon gemacht. Melde dich bei Aura-Aid. Oh, jetzt läuft mir das Scheiß. Muss ich auch da hinten machen. Ja, ja. Ich brauche eine Farm. Warte, ich kann hier einen gehen. Ich kriege eine Hilfe. Warte, wie heißt du? Ich bin vor dir. Kommisch rot. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Leider. Oh, jetzt brauche ich euch! Ich bin schon. As viel leicht! Ich bin sicher. Ich bin eher nicht so. Ich komme jetzt. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Das war's für heute. 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 Ich wollte nur fragen, weil du bist so alleine. Ja, ich auch. Schau mal mein Leben an, Sven. So, lauter. Free kills. Ich werde ihn jetzt verlassen. Jetzt, Sven, wir müssen, wie gesagt, nochmal zurück in den... Okay. Okay. Wo? 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 Ich bin jetzt hier. Ja. Aber warum hast du verlassen? Ja. Bei mir sind auch welche. Ja. Aber der ist ein bisschen komisch. Ja, bei mir, wie gesagt, Hilfe. Ja, ich komme mit dem Täter. Ja, ich komme mit diesem Täter. Ja, genau wer das ist. Komm. Komm zu euch in die Richtung. Ja, ich komme zu dir. Ich bin eh schon leider da. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ja. So, lauter. Hallo. Komm her. Ich habe erheal. Ich heal es. Ich heal es. Start white, start white. Start white. Bitte. Brace, brace, brace. Start white. Start white. Start hier unten. Oh mein Gott. Hitten in der Havok. Sven, pass auf. Ja. Ne, der war schon da. Kann er nicht. Wie soll er das machen? Wer ist? Oh, eins haben wir. Tim, boi. Der Tim. Seid ihr? Ja. Ey, wir können diesen Minis-Visor hier unten öffnen, ne? Hast du mit? Ich bin. Ne. Ich bin. Hallo Sven. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ach da. Ja. Ja. Ich bin. Ja. 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 Ich bin. Ja. Ich bin. 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 Ja. 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 Ich bin. Ja. 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 Bei der Beru-Moran ganz okay gerade ist, deshalb Ich hab noch nicht zu gut gelöst bei mir Ich bin ein, der ist von mir Joooo Bitte, da ist, da ist One-Hit Wo haben wir denn? Da, genau da One-Hit, da ist nicht, ey Gut, kannst du mich überlassen, bitte? Moido Du kümmerst dich hier schon drum Ja, aber Mein, mein Mein Ziel nimmt das, Alter Wenn ich auf mein Dino zähle Ich kann mich daheim gehen, das ist ja voll okay Ich sehe den Halt, der ist hier Ich leide doch den Marco zähle Wer hat ihn? Das war mein Dino zähle Ja, weil Nein, mein Dino ist das Geld Nein, mein Dino ist das Geld Äh Äh Ich muss mich unbedingt zählen, weil Kann sie mich da Kann sie mich lasern Ey, hallo Nicht selber Äh, also Da ist er Ja Ja, das ist Äh, das ist Nein, ich muss mich Äh, äh, Alter Ja Ja ich gehe mit der sause bleiben wieder zurück habt ihr genug mit ja ich habe alles voll nein mein gott aber das leidet er auch ich komme Willst du mal mit in den Mini-Tresor? Na hier! Haube jetzt am Eiran. Auflofkabel. Er wartet nicht auf die Witteboot. Da schießt jemand auf mich von der Insel. Von welcher Insel? Ich kann keine Bootfahrt egal, nee. Warum tut Markus eigentlich heute nicht mit? Unterbau. Die Wespen? Die Wespen? Die Wespen? Kommt du nicht auf Chrissy on high? Er ist schon tot. Ich muss ein bisschen Gold abschauen, weißt du? Boah, noch Gold. Wo ist denn dein Loot? Der Loot ist schon weg und das Gold habe ich auch eingesammelt. Der Loot ist okay, ne? Der Loot ist okay, ne? Der Loot ist okay, ne? Ich weiß, wie gehe ich hier einfach hin? Hä, wo sind meine ganzen Minis hin? Liegen gelassen vielleicht irgendwo. Kann ich die Minis haben? Boah. Ach, ey, da kommt ein müdliches Trommelgewehr raus, ne? Ja, hab ich ja schon. Kein Ernst, wenn wir da anfangen, können wir da anfangen und nicht anfangen. Hat sie das schon eingenommen? Oh, ich muss in die Minis. Oh, ich muss in die Minis. Vielleicht unten. Er ist unten bei mir. Oh, ich komm. Ah so, da bin ich. Ich komm einfach. Bitte nicht schießen. Das hat grad so rausgebracht. Ich komm einfach. Wo ist der? Er ist runtergefallen. Was? What? Die Waffe hat so rausgebracht. Da kann ich nicht. Bro, ich fick noch ein Minis. Nein. Sven, was sagst du zu den 18 Kills? Oh, wir haben 31 Kills. Deswegen geh ich immer auf Kills, weil die Lobby vermessen so schieß. Und ich will doch nur meinen zweiten Kronenwinn haben. Sven will auch sein Kronenwinn. Das wär dann mal zweiter, ne? Wenn wir das holen. Ja, ja. Wie geht das? Ja, ja, klar. Ich bin in eins. Ja, aber alle keine Krone. Wenn die auch alle Bots... Ja, war keine Krone. Ja, trotzdem wär schön, wenn ich mal ne 2 dazu stehen hätte. Ja, also, es gibt einen Angelegenheit. Ja, da ist der ein Stick. Da hast du auch Eiets, der 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 bei der 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 ande Ilse anlas. Das ist ein Pykei-Echsen. Joa, das ist... Er lobbyiert doch nicht.